Nachdenkseiten Die kritische Website Nebeneinkünfte sind nicht gleich Nebeneinkünfte Von Jens Berger Die Kritik an den gestern von verschiedenen Medien veröffentlichten Nebeneinkünften der noch linken Politikerin Sarah Wagenknecht ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Schließlich stammen die durchaus fürstlichen Gelder nicht aus Tätigkeiten, die potenziell im Konflikt mit ihrer politischen Tätigkeit stehen, sondern nahezu ausschließlich aus den Honoraren ihres erfolgreichen Buches Die Selbstgerechten. Das ist sowohl moralisch als auch rechtlich ein himmelweiter Unterschied zur millionenschweren Vorteilsnahme eines Peer Steinbrück von der Finanzindustrie oder den millionenschweren Einkünften zahlreicher Unionsabgeordneter aus illegalen Maskendeals oder Lobbytätigkeiten für Aserbaidschan. Doch bei der Personalie Wagenknecht gelten offenbar andere Regeln. Auch ihre noch Parteichefin Wissler nutzt die Meldung, um die innerparteiliche Kampagne gegen Wagenknecht am Laufen zu halten und den Medien Futter für neue Schlagzeilen zu geben. Es ist wirklich abstrus, ernsthaft über die Rechtmäßigkeit von Autorenhonoraren zu streiten. Wagenknechts im April 2021 erschienenes Buch Die Selbstgerechten war immerhin 45 Wochen in der Bestsellerliste und im Jahr 2021 laut dem Börsenblatt das am dritthäufigsten verkaufte Sachbuch. Übrigens hinter dem Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit der ZDF-Journalistin Mai Thi Nguyen Kim. Das Wagenknecht, dafür Honorare in Höhe von fast 721.000 Euro vor Steuern bekam, ist freilich eine Meldung wert. Diese Honorare aber ernsthaft mit denen von Karl Lauterbachs geflopptem Buch Bevor es zu spät ist und Annalena Baerbocks uninspiriertem Jetzt, lesen Sie dazu eine verlinkte Rezension, dem noch nicht einmal die Plagiatsdebatte zu einer nennenswerten Auflage verhalf, zu vergleichen ist Hanebüchen. Da könnte man auch das Gehalt eines Regionalkickers mit dem eines Cristiano Ronaldo vergleichen. Doch warum sollte man das tun? Der Spiegel und das Boulevardblatt Hamburger Morgenpost schienen das anders zu sehen. Wenn Politiker Bücher schreiben, kann jeder ganz leicht sehen, wofür das Honorar überwiesen wird und ob es Abhängigkeiten gibt. Da gibt es keine Geheimnisse. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Sie denken jetzt, dieser Satz stammt von einem Wagenknecht, Freud? Weit gefehlt. Der Satz stammt von Sigmar Gabriel und natürlich bezieht er sich nicht auf Wagenknechts Buchhonorare, sondern auf die Honorare seines Genossen Peer Steinbrück. Der war als Autor auch nicht ganz erfolglos und erhielt über eine halbe Million Euro Honorare für sein Buch unter dem Strich. Quot lizet Peer, non lizet Sarah? Wenn man die Buchhonorare von den publizierten Nebeneinkünften Wagenknechts abzieht, ist die Luft erstmal raus. Es bleiben dann noch 48.307 Euro für mehr als zwei Jahre übrig. Die verteilen sich auf eine Handvoll Veranstaltungen und Vorträge, die allesamt nicht mit ihrer politischen Tätigkeit kollidieren. Auch das ist sehr viel Geld, aber für Spitzenpolitiker keineswegs ungewöhnlich. Wir erinnern uns, Peer Steinbrück kassierte 1,2 Millionen Euro an Vortragshonoraren. Diese Honorare mit denen von Sarah Wagenknecht zu vergleichen, wäre jedoch nicht nur angesichts der unterschiedlichen Dimensionen nicht statthaft. Anders als bei Wagenknecht gab es bei Steinbrück nämlich sehr wohl einen indirekten Interessenkonflikt zwischen den kassierten Honoraren und der politischen Tätigkeit. Steinbrück kassierte Geld von Unternehmen, die direkt von seinen Entscheidungen als Bundesfinanzminister profitierten. Banken, Versicherungen, internationale Großkanzleien. Und das nicht erst als Politrentner, sondern vor seiner Kanzlerkandidatur. Man könnte die fürstlichen Honorare von Steinbrück also durchaus als ein Dankeschön der Finanzbranche für politisches Entgegenkommen bewerten. Bei den wenigen Vorträgen von Sarah Wagenknecht fehlt selbst ihren Kritikern die Fantasie, einen ähnlichen Zusammenhang zu konstruieren. Warum also all die Aufregung? Die Antwort liegt auf der Hand. Man nutzt jede noch randseitige Gelegenheit, um die Kampagne gegen Sarah Wagenknecht am Köcheln zu halten. Und da passen fast 800.000 Euro Nebeneinkünfte natürlich gut ins Konzept. Zumal Wagenknecht, wie es RTL formuliert, doch eigentlich die Rechte der Menschen mit kleinerem Einkommen vertreten will. Von solchen Summen können die Menschen nur träumen, für die sie sich angeblich einsetzt, so RTL. Da war es wieder, das immer wieder als rhetorische Kampfansage von der bürgerlich Rechten ins Spiel gebrachte Märchen, dass Politiker, die gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit kämpfen, ja logischerweise selbstarm sein müssten. Wasser predigen und Wein saufen, so etwas geht aber nun wirklich nicht. Dabei wissen wir gutgläubigen Medienkonsumenten doch, dass so ein linker Kommunist in der Platte wohnen, seine privaten Reisen mit dem Sozialticket des öffentlichen Personenverkehrs unternehmen und seinen Urlaub, wenn überhaupt auf einem Campingplatz in der Nähe von Bitterfeld verbringen muss. Wer gegen Armut kämpft, muss selbstarm sein. Alles andere sprengt schließlich unser kleinbürgerliches Weltbild. Aber wer sagt eigentlich, dass ein linker Arm sein und allen wesentlichen Vergnügungen abschwören muss? Ist die Linkspartei etwa ein Bettelorden? Darf man nur dann linke Positionen vertreten, wenn man sich in Sack und Asche hüllt? Wann darf man eigentlich neoliberale Positionen vertreten? Muss ein FDP-Abgeordneter mindestens 100.000 Euro pro Jahr bei seinen Nebentätigkeiten verdienen, um glaubwürdig zu sein? Karl Marx war Angehöriger des Bildungsbürgertums. Friedrich Engels, Ferdinand Lassalle, Lenin und Che Guevara waren sogar waschechte Großbürger. Wer käme auf die Idee, Ihnen Ihre linke Gesinnung qua Klassenzugehörigkeit abzusprechen? Wahrscheinlich der Vorstand der Linkspartei. Okay, keine weiteren Fragen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.